Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Tanks. Ich sitze mal wieder in meinem IS-3, befinde mich hier auf Steppen und wir haben ganz schöne Kaliber gegen uns, wie ich das sehe. Und dann habe ich noch das Problem, dass das Team sich so gut verteilt hier. Also ich will jetzt gar nicht mal sagen, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist halt sehr weit verteilt, sag ich mal. Und dadurch muss ich wahrscheinlich hier ziemlich alleine gegen ordentliche Kaliber anstinken. Ja, und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich das nicht ganz packen werde. Aber sag niemals nie. Ah, ich bin nicht aufgegangen. Finde ich ja erstmal okay. Äh, gut. Mein Schuss ist irgendwo anders hingegangen, aber nicht da, wo er hingehen sollte. Finde ich ja interessant. Oh, bei mir ist ein T-34 gebouncet. Oh, genau zwischen beiden durchgeschossen, ne? Geil, ja. Okay, ich muss hier irgendwie weg. Und das war's. Okay, ich muss hier. Ja, ist er gut, ist er gut, ist er gut. Mist. So. 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 lebt aber immer noch immer noch und jetzt ist er weg hat sie so geschossen habe ich gar nicht drauf geöffnet ja und jetzt haben wir noch ein is hier ja der kriegt auch erst mal noch vom cdc schön gebraten ja jetzt wird ja ordentlich aufs team geschimpft er hat alles vor dem cdc kann ich auch verstehen cdc ist scheiße und da kommt er schon liebe stehe und jetzt kannst du nichts mehr machen hier ist und da haben wir auch verloren er platzt trotzdem noch und das war's schade schade mal gucken wie wir uns geschlagen haben im vergleich zu den anderen so erst machen wir ja hier den ist 3 einmal beschossen ne zweimal sogar und den is 6 und den konnten wir sogar rausnehmen das ist ein kill für uns gewesen ach so ich dachte der wäre jetzt durch die artige splashed habe ich gar nicht darauf geachtet kann man mal sehen war ja wir sind relativ gut mit dabei also für meine verhältnisse gesund der scorpion hat natürlich hier ordentlich ordentlich dampf gemacht gar nicht mal schlecht und der cdc von den gegnern hat auch ganz gut mitgemacht genauso wie die artie von den gegnern so kann das laufen ja wir haben schaden ermöglicht 2442 das ist weil wir die heavy ist wahrscheinlich offen gehalten haben finde ich geil und schaden abgewehrt durch panzerung 3040 alter schwede da kann man mal sehen was was da los ist ne eigentlich ganz geil na gut okay bis zum nächsten mal leute ciao